Seit der 102. Minute nach dieser Szene, das ist Marcelo, der bringt den Ball zu Di Maria. Der Argentinier mit einer klasse Szene nach dem Doppelpassier, sofort die Flanke weit auf. Cristiano Ronaldo, ein klasse Kopfball ins lange Eck, unhaltbar für Pinto. So geht Real Madrid in der Copa del Rey 2011 in Führung. So geht Real Madrid in Führung. So geht Real Madrid in Führung.